Oh, er hängt, er hängt, er hängt, er ist da... Ich warte auf den Moment und werfe mich nach anderen an Er muss Schaden fressen Oh, das war ganz kurz... Ja, ich hab gar keine Munition mehr, ich muss mal was holen Ja, die sind hier überall, die... Aber letztes Mal war das fast schwierig, also... So unten in den Schränken ist welche unten, oben, Mitte... Unten ist leer Oh... Oh... Ja, eigentlich... So... Ach, ich hab ihn da wieder gesessen... So, das kommt nach den Händen... Ach, ich hab ihn dann ja, ich hab ihn da wieder gesessen... Und da ist eigentlich da, ich würde sagen, es wäre ein überverlässiger Entspannend des Schränken... ...dann ist alles einmalig... Und da ist der Weg, der ich nur noch nicht eingehen... Ah, das macht das ganz viel... Erregt, das ist ja auch immer noch fou, Ich bin zufrieden... Und aufguess dich... Geht gleich doch nichts... Und ich bin alle sehr, dass ihr die Handwerke mit einem Dialog Also bin ich da noch nicht... Anfänger nur Jahre, keineienste Reiht Ciao Hat er gott er? Ich hab ihn Ok Ok, die Gutes haben uns gerade geholfen. Meine Kresse. Ui, jetzt bin ich tot. Ich glaube, der hätte nämlich so viel aus wie ein Jäger oder so eine Richtung. Das wird sehr, sehr langer Kampf, glaube ich. Gut. Ok, wenn man mit dem Stiper direkt auf den Kopf schießt, dann findet er sehr schnell Schild. Gut. Ich glaube, das ist ein Entschuldigung. Das ist ein Entschuldigung. Das ist ein Entschuldigung. Hm, wie? Kann man mit dem Schwert probieren, vielleicht kriegt man ja ein bisschen ein bisschen was hin. Ich glaube, die normalen Boots zielen hier hinten. Ja, wir müssen jetzt irgendwie versuchen zu zweit, der eine lenkt ab, der andere steckt. Oh, jetzt habe ich es irgendwie überlebt gerade. Hast du eine Nackkampfwaffe? Ne, ich habe keine Nackkampfwaffe. Das ist doch gut gewesen. Das ist doch keine Nackkampfwaffe. Warum ist er freigeschalten? Ein Berg oder ein Berg? Oh nein! Nein! Das ist ein Rückwärtsschlag, das ist echt wies. Ich freue mich auf den Block. Ich freue mich auf den Block. Wies, das ist auch ein Team. Das ist doch nichts. Ich glaube, dass wir noch so viele Abläder vornehmen sind. Ich weiß nicht, wenn du es finden kommst, der macht diesen Jäger Wies. Das wird aber doch fischig sein. Alter, wir haben aber unsere Team-Aids erreicht, ne? Ich glaube, Sniper macht uns unfassbaren Schaden. Ja, ich meine... Aber das Problem ist halt tatsächlich die Moon. Das ist gut. Ah, das ist gut! Was ist? Ich habe ihn nicht wieder. Er springt nur drin Nein, nein, nein! Nein, ich war zu langsamer, ich hätte ihm Schaden machen Wo? Ah, ich bin hier drin Jo, bisschen Fahrrad Die Granaten sind gerade der Scucci setzten Ich habe gerade andere Probleme Oh Er hat so viel Schaden gefressen, der Typ So viel Schaden Okay, dann Oh Ah, er hatte eben gerade schon einmal kein Schild Er hat so viel Schaden Äh, die nicht Er hat da schon vorgelegt Ich denke, der kann mal mit Alpermumi reinschießen. Ich lasse erstmal alle Obersprung. Was ist denn losgegießt? Ich habe schon mal mit Alpermumi reinschießen. Nimm mal! Nicht bevor der Bluton ist! Ach, jetzt habe ich auch das Gespräch mal gehört. Die sagen auch, bevor der... ich kann gar nichts machen, solange nicht der Bluton tot ist. Ja, der wäre nicht der. Was ist denn? Ja, der ist nach oben. Und gleich wieder untergefallen. Okay, er hängt hier in... Ich schieße von unten an. Ach, du bist das? Boah, ein rotes Plasma. Vielleicht warten wir aber, bis unsere Leute da sind. Wir müssen noch bläubig hier kommen, oder? Komm mal raus, du wärs schnell und schmerzlosster. Woah. Oh, er hat richtig gut Schaden gefressen. Kanaten fliegen hier. Nicht gut, das sollte nicht so fliegen sein. Aber natürlich.. Tschau! O... Oh, er sieht die Tür. Haben wir noch? Äh, lauf, lauf, ja, lauf in die Richtung weiter. Okay, er ist jetzt bei mir. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. Ist er bitte? Ja. Ich habe ein bisschen Schaden gefressen. Mein Typ. Wir müssen uns koordinieren. Oh, neue Boots. Okay, nach oben. Scheiße, die fliegen über Granaten. Nein, nein, nein. Okay, sie sind jetzt unten drinnen. Am besten positionieren wir uns am besten. Oh, einer kommt hier hoch. Lüftgranaten. Ich sehe nicht, wo ist er da? Er ist vielleicht direkt wieder runter geflogen. Aber, äh, wo? Sobald ich die Lüfte, äh, hier, sie mitgranaten. Dort schießt er vor sich hin. Scheiße. Okay, auf alter Grafik ist das deutlich einfacher, durch diesen Strahl hier zu schießen. Ein gutes weniger. Okay. Ein gutes weniger. Okay, ich bin jetzt mit dir unten. So. Äh, ne, er mag dich immer noch. Oh nein, ja, jetzt mag er mich. Okay... Okay. Alright, wir können hier mal wieder, um... Okay. Ja, wir müssen die Fligge. Okay, wir müssen die Fligge. Die Fligge. Okay, wir müssen dich nicht mehr. pschu 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 macht noch meine waffe die ist schlecht. johnson ist der einzige der in der schild runterballern kann und wenn er wirklich eine volle salve trifft ist das schild runter ich sterbe das problem ist er war genau gerade in so einem winkel wo ich nicht treffen konnte ich habe ihn getroffen und er ist bei dir, dann gehe ich auf der seite runter Schein gefressen. Ich glaube, er hat sie gerufen. Bin mir nicht sicher. Ja, scheiße. Ich würde sagen, wenn er zu mir kommt, ich schieße sie kurz an. Äh, ich, ich lecke ihn weiter ab. Scheiße, ja, wohl gestrückt. Nein. Fuck. Lass sie nach oben gehen. Aber die werfen Granaten auf dich. Ganz viele. Ich fang gut zu laufen. Warte, ich muss erst mal nach unten, um den dann loszuwerden. Und dann kann ich auch gehen. Okay. Bin um. Äh, die 2.20 sind tot. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten gibt. Oh, cool, kann ich ihn treffen. Ich versuche ihn immer zu dem Scharfschützen da hinzulocken. Ah, wir haben wieder Teammates. Einer. Ach, scheiße. Ich glaube, er hat ihn getroffen mit dem... Ja, gut, dann gehe ich in die Mitte, weil... Ah, okay, er ist wieder runter. Ah, Mist. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal noch. Äh, 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 äh. Okay, dann kann ich wohl nicht, nicht zu viel sterben. Ja, ich habe Angst vor deinem Hammer. Oh, ich habe Granaten... Oh, ich habe eine Schruppe getroffen. Ah, eine Schruppe, die bringt mir bei dem nichts. Nicht so viel. Schauen Sie, mach ich den Schül weg. Oh. Drei Schüsse aus dem Blutgewehr hat er gefressen. Geil. Boah. Boah. Ich habe ihn. Ja. Ich habe ihn. Ja. Mit der Schotflinte. Mit der Menschenwaffe. Ja, Alter. Blei das Beste. Blei das Beste. Du reißt es hier. Ja, ich hätte die ganze Zeit nur zugesucht. Ich meine, die Pistolen hatte ich. Ja. Ja, ihr Sparta. Ich hatte's hier. Ich bin stark. Ich habe ihn nicht damit gemacht. Ich habe ihn nicht damit gemacht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. das müssen noch so Trilliarden Blumen sein, du musst doch je ab links sein, oder? Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf aller Frequenzform. Kommuniziert womit? Mit den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hört zu Blechdose, mach mich nicht! Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Archie natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Oh, ich hab ne Ahnung wo. Wir haben neuen Kontakt. Unbekannter Klassifikation. Das ist keiner von uns. Euer Verein. Hier ist Spartan 117. Jemand hören. Over. Signal isolieren. Master Chief, würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden. Ich hab Black screen, aber gute Musik. Ich hab Standbild. Die Sönk. Feldraum, warte. Moment, warte. Oh, Sequenz. 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 Stille erfüllt das leere Grab. Fort bin ich jetzt frei. Mein Geist fängt keine Ruhe. Es gibt noch so viele Fragen. Ich werde fragen und Sie antworten. Na gut. Fragen Sie. Okay. Haben wir es geschafft? Jaaaa. Äh, sind wir jetzt wirklich durch? Oder? Äh, das war jetzt das letzte Ding. Boah, sonst hätten wir ja, äh, weitergespielt. Ja, das war's. Geschafft. Ja, endlich. Ja, Leute, macht das nach. Das ist, geht total schnell. Ja. Uff. Wow. Uff. Ja, genau. Uff, 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 uff. Äh, ja, ich genieße diesen Sieg, indem ich jetzt aufs Klo gehe. Ja, und, ja, jetzt kann ich schlecht sagen mit diesen Worten. Ne, aber. Doch, doch. Ich verabschiede mich auf diese Aufnahmesession und wir sehen uns dann in der nächsten, wahrscheinlich, wenn ich mich nicht täusche, zu dritt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.